Katharina Jeffords Schauri ist Präsiding-Bischop der Episkopal Church in the USA und Bischöfin der Diözese von Nevada. Sie ist die erste Frau, die als Primas in der anglikanischen Kirchengemeinschaft dient. Später erhielt sie von der Oregon State University einen Master of Science und einen PHD in Ozeanografie. 1994 erhielt sie ein MDIV und wurde zur Priesterin geweiht. Ihre erste Stelle als Priesterin war in der Gut-Samaritan-Gemeinde in Covelis, wo sie als Assistant-Rekter eine besondere Verantwortung für den Hispanic-Anteil der Gemeinde trug. 2001 wurde sie zum Amt der Bischöfin von Nevada gewählt und geweiht. Als Folge dieses Ereignisses erhielt sie, wie es der Tradition bei Bischöfen entspricht, den Doktortitel der Theologie des Priesterseminars, bei dem sie studiert hatte. Wahl als Präsiding-Bischop und Primas. Die Episkopal-Church traf sich in Generalkonvention in Kolumbus im Juni 2006. Dort wurde Jeffords Schauri am 18. Juni 2006 als Präsiding-Bischop aus einer Vorschlagsliste mit sieben Kandidaten durch das Haus auf Bischops im fünften Wahlgang gewählt. Sie erhielt 95 der 188 abgegebenen Stimmen. Am gleichen Tag noch bestätigte das Haus auf Deputies, das aus Priester, Diakonen und Laien besteht, die Wahl des Haus auf Bischops. Jeffords Schauri ist die 26. Person, die das Amt des Präsiding-Bischops innehat, und die erste Frau, die als Primas einer anglikanischen Kirche dient. Die Wahl von Jeffords Schauri wurde als Zeichen der weitverbreiteten Unterstützung in der Episkopal-Church für die Bischöfinenweihe interpretiert. Das Bistum fortwort, das damals sogar der Priesterinnenweihe ablehnend gegenüberstand, beantragte nach ihrer Wahl vom Erzbischof von Canterbury und von den anderen Primassen der anglikanische Kommunion eine alternative Primateil. Oversight Eine alternative Aufsichtsform durch einen anderen Primons, obwohl die Aufsichtsfunktion des Präsiding-Bischops ohnehin nicht sonderlich ausgeprägt ist, in Anlehnung an den Vorschlag des Windsor-Reports, nach dem Formen einer alternative episkopale Aufsicht angeregt werden. Dies wurde jedoch abgelehnt und der dortige Bischof abgesetzt. Da Jeffords Schauri 2003 als Bischöfin für die Bestätigung der Wahl von Gene Robinson als Bischof von New Hampshire stimmte, ist ihre Wahl als Präsiding-Bischop in den Augen konservativer Episkopiliens eine Bestätigung dafür, dass die Episkopal-Church nicht bereit sei, ihre institutionelle Ansichten über die Rolle von Lesben und Schwulen im ordinierten Klerus zu ändern. Katharina Schauri ist seit 1979 mit Richard Schauri, einem emeritierten Professor für Mathematik in Oregon, verheiratet. Sie haben eine erwachsene Tochter, die als Käpt'n in der US-Army dient. Bischöfe, die an ihrer Weihe teilnahmen Gary Alban-Lem, Bischof von Nordkalifornien Robert Louis Ladehoff, Bischof von Oregon Carol Intenner-Irisch, Bischöfin von Utah Jeffords Schauris Weihe war die 963 Bischofsweihe in der Reihenfolge der US-Episkopal-Bischöfe